Good morning in the morning und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir hier auf meinem Kanal. In diesem Video habe ich ein paar Runden für euch gesnipet. Es ist nichts krasses geworden, also erwartet nicht zu viel, aber viele von euch wollten, dass ich mal öfter snipe. Deswegen habe ich für euch jetzt mal den neuen Sniper-Modus ausprobiert, diesen Zylinderverschluss abgespeckt, Moshpit-Modus. Bevor ich euch jetzt die Runden zeige, schauen wir nochmal in den Schwarzmarkt, denn ich habe wieder 18 Kisten. Und schauen mal, ob ich dieses Mal was Besseres bekomme. Also, und oh mein Gott, ist es gerade so warm. Odachi! Ah, das Outfit sieht nicht krass aus, obwohl es episch ist. Okay, nächstes. Tag, scheiße, weiter. Oh, Cup 440, MK2-Variante. Ich habe die Cup 45 tatsächlich noch nie gespielt, aber ich freue mich, dass ich die MK2-Variante gezogen habe. Wenn ich mit der Waffe mal ein Video machen soll, dann könnt ihr das ja mal in die Kommentare schreiben. Nächste Kiste. Oh, schon wieder, achso, okay. Straßenrennen, die Tarnung habe ich auch gefühlt für jede Waffe. Schon wieder Spritzer. Zufall, ich glaube nicht. Oh, Überraschungsparty für die Saug. Darüber freue ich mich. Chillig. Also, es läuft auf jeden Fall schon besser als beim letzten Mal. Oha, was ziehe ich gerade für MK2-Varianten? Chillig, aber ich spiele nie die SG12, nie. Warum muss ich dafür eine MK2-Variante ziehen? Warum? Lief schon mal besser als beim letzten Mal. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei den Runden und ich würde sagen, let's go. Spielen wir mal eine Runde diesen Modus Zylinderverschluss, nur mit Snipen. Ich glaube, ich werde absolut rein scheißen. Natürlich sind beide Prestigemeister im Gegnerteam. Ich glaube, es ist kein Team. Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Es hilft, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Hört doch auf uns zu Triple Cap, dann ist die Runde viel zu schnell zu Ende. Oh mein Gott, das war Zocker Zeus. Ich freue mich gerade so sehr, dass ich ihn geholt habe. Ja, die Koschka macht halt so oft Hitmarker, das ist unglaublich. Okay, ich bin glaube ich einfach zu dumm, den Fusskorb zu treffen. Nein, Zocker Zeus, ich habe Angst vor dem. Hitmarker. Nein, ich muss nachladen. Ja, oh mein Gott. Wie viele hier sind? Nein, Mann. Ja, als ob. So eine scheiß Runde, ey, ohne Spaß. Oh mein Gott. Ja, den ersten haben wir, aber ich habe einen Hitmarker kassiert. Komm. Sie sind halt schon wieder die Besten. Aber das Visier, was er gerade gespielt hat, war halt schon absolut ekelhaft. Hier ist einer, hier ist einer. Ja! Uh, hier Church. Hitmarker gegen Hitmarker. Ja! Und ich habe ihn bekommen, da ist noch einer. Schön, Teammate. Hier ist noch einer. Na komm. Hier bleib stehen. Ja! Hier ist noch einer. Hä, lol, was war das? Oh mein Gott, das war gerade so schlecht von mir. 5-1 aber. Also mein Ziel ist es, in diesem Modus nicht negativ zu gehen. Er will mich boxen. Oh mein Gott. Oh, ich hasse diese Snipes. Oh mein Gott. Hier. Hinten spawnen sie. Schön, Heidi. Ja! Oh mein Gott, 8-2. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Uh! Warten wir mal nach. Dieser Bilal, Alter. Der fuckt mich richtig ab. Ich glaube, ich habe alle Tode von dem. Okay, hier müsste doch gleich einer durchkommen. Oh mein Gott, ich bin so scheiße. Es ist echt unglaublich. Uh! Hitmarker. Oh! Colette! Oh mein Gott. Nein, ich gebe nur Hitmarker. Er will boxen. Du. Yes! Ich habe eine Drohne. Uh! Als ob ich den Kehl nicht bekommen habe. Was? Ja! Uh! Hier oben. TSM. Er holt mich auch so oft. Der ist aber echt nicht schlecht. Okay. Hier ist einer. Wie war der nicht drauf? Ja! Endlich! Oh mein Gott. Bleib stehen. Naja, 24-12. Nicht negativ, immerhin. Ich hasse diese Map eigentlich übelst. Aber wir schauen mal, wie sie ist jetzt mit dem Snipen. Und ich würde sagen, wir rutschen gleich erstmal. Hier oben ist nämlich eine Rutsche. Aber die kennt ihr bestimmt alle schon. Und... Juhu! Ich hasse die Map halt so, weil von jeder Ecke, überall kann halt jemand kommen und man ist nirgendwo wirklich geschützt. Deswegen kann ich die Map gar nicht leiden. Äh... Oh, okay. Wir haben nun den Hasen. Ah! Game Night. Gerade eben aus der Runde auf... Oh mein Gott! Auf Morocco. Der Zocker Zeus. Und sein... Oh! Oh mein Gott! Ich wollte ihn nicht mal... Ah! Yes! Ähm... Zocker Zeus und sein Kumpel sind mir nachgejoint. Und haben mich auch im Klantag versüßt. Ja! Haben wir dich. Oh mein Gott! Jeder Sniper-Kill fühlt sich so gut an. Und ich weiß echt immer nicht, ob ich Koschka oder Paladin mitnimm soll. Ich kann halt mit der Koschka besser umgehen. Aber die Paladin stärker. Yes! Zeig dich. Nein! Nein! Er spielt offene Visierungen. Und auch wie er sie spielt. Das tut halt schon weh. Hier kommt einer. Ja! Der Hase! Und ich hab ihn wieder. Ich hab halt gedacht, ich bin absolut nicht drauf. Das ist die Hitbox. Ja! Was ich auch noch sagen wollte. Ähm... Ich weiß nicht, was manche von euch denken, wie viel man mit YouTube verdient. Also klar verdiene ich schon ein bisschen was mit YouTube. Aber es ist auf keinen Fall so viel, wie sich manche... Oh! Das sind zwei. Manche von euch vorstellen. Oh! Oh mein Gott! Und... Au! Hinter mir! Äh... Und ich hab Bilder auf Insta gepostet, wo ich so einen Gucci-Gürtel anhab. Und ich sag auch ganz ehrlich, also ist mir nicht peinlich oder so, ähm... Der Gürtel ist fake. Aber ich find ihn halt schön, deswegen trage ich ihn. Und... Ich hab mir den nicht von meinem YouTube-Money oder so geholt, weil da so Kommentare kommen. Oh, YouTube-Money jetzt. Bla, bla, bla. Also... Was sich da manche von euch vorstellen, das ist echt krank. Ja, aber ist jetzt eher auch egal. Oh! Oh mein Gott! Hinter mir! Yes! Oh! Ja! Au, 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 au... Au, 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 au... Au, 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 au... Oh mein Gott! No. Scheiße. Okay. Es war so klar, dass er mich bekommt. Okay. 37. Ach, Zocker-Zeus. Applaus. Oh. Colette. Ja, der ist schon echt gut. So, das war es mit meinem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch unterhalten hat. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und über ein Abo freuen. Was ich noch sagen wollte, weil ein paar drunter geschrieben haben unter meinen letzten Videos, dass es ein bisschen zeitverzögert ist und manche auch behauptet haben, ich habe das gar nicht selbst erspielt. Wollte ich noch mal kurz was dazu sagen. Ich mache das jetzt gut vier Monate YouTube und natürlich bin ich noch nicht die Beste im Schneiden. Ich schaffe es einfach nicht immer, dass es komplett genau drauf liegt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir selbst fällt es nicht auf. Aber es gibt nun mal ein paar von euch, denen es auffällt und ich wollte euch einfach nur sagen, das ist ein kleiner Schnittfehler von mir, wo ich aber auch schon dran arbeite, es zu beheben und mir auf jeden Fall mehr Mühe gebe. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr möchtet, dass ich öfter sniper, auch wenn das nicht so krasse Gameplays werden oder ob ihr eher möchtet, dass ich normale Gameplays mache. Also ich werde viel mehr normale Gameplays machen, weil es mir selbst einfach auch mehr Spaß macht. Aber wenn ihr möchtet, dass ich öfter snipe, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben, dann kann ich vielleicht öfter mal ein Sniper-Video hochladen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag und ich würde sagen Tschödelö. So curve mich. So curve mich. Schön und ich são mit dir.